Noob ohne Robux Haha, wer ist denn hier der Noob-Fanty? Oh Versus Noob mit Robux Schaut mal, was ich mir schon alles gekauft habe Wir testen heute mal zusammen mit Vitamine Noob vs Pro im Mining Simulator Und mal schauen, wer von uns die bessere Spitzhacke hat Ja, das bin eintrittlich ich Ha, auf gar keinen Fall, ey Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst Klick einfach auf Abonnieren und rechst dann eben auf die Glocke Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben Das würde mich sehr, sehr glücklich machen Und Freunde, wir testen mal heute Noob vs Pro aus Zusammen mit Vitamine im Mining Simulator Yeah Du musst schon sehen, dass ich dich doch einhole mit deinen Robux Oh ja, Freunde, ihr seht es Hier haben wir, warte mal, wo haben wir den Shop hier drüben? Genau, let's go Wir haben uns im Shop jetzt hier bei Werkzeuge die beste Spitzahl gekauft Mit plus 1900 Kraft mal 780 Geschwindigkeit Und Vitamine hat plus 1 und plus 1 Geschwindigkeit Die ist aber auch nicht schlecht, muss ich sagen Ja, doch lachst du mich aus Oh, ich kann mich natürlich auch verbessern Oh ja, Rucksäcke Und wir haben natürlich hier den Infinity Rucksack Mit unendlichen Stoffen, die wir drin lagern können Natürlich beides haben wir uns jetzt mit Robux gekauft Oh ja, und du darfst keinen einzigen Robux ausgeben, okay? Oh Mann, ey, das dauert ja dann mega lange Oh ja, Freunde, warte mal Oh, du bist echt schnell, muss ich sagen Und jetzt bin ich dran Let's go, guck dich das ganz nah Ah, meine Flacke Wir können jetzt wirklich alles mögliche Ne, ab geht es hier, abbauen und Wow, ab geht es und Oh mein Gott, sollen wir mal runterspringen, Vitamine? Warte mal einmal, Freunde Echt, ich kann nicht runterspringen Springen du mal gerne nach unten Alter, das geht da richtig viel rum Oh ja, komm mit, komm mit, komm mit runter Ey, nein, da kann ich nichts abbauen Warte mal, ab geht es Wow Und, oh, warte mal Oh mein Gott, komm wirklich runter, komm wirklich runter Ich kann doch aber hier nichts abbauen, Santi Du bist halt der Loob, guck mir Okay, nicht weiter runterspringen Okay, reicht erst mal Kumi, gibst du eine Münzkiste Okay, doch, ich kann ja was abbauen Also, ich muss mindestens 100 Blöcke erst mal abgebaut haben Alles klar Hast du 100 Blöcke abgebaut? Ne, leider nicht Alter, schaut euch das ganz mal, Freunde Unsere Spitzhacke ist richtig, richtig schnell Wir können jetzt hier mit unserer, oh mein Gott Roebuck Spitzhacke Richtig krass abbauen Abgehen Und jetzt nur Vitamine Ich baue mega schnell ab, ey Junge, kannst du überhaupt irgendwas abbauen So, ich will ein bisschen helfen, so, hier Ja, ich glaube, ich hau wieder ab, ey Oh mein Gott, was ist hier hier? Wirklich gar keine Chance Aber Vitamine, damit du auch eine Chance hast hier So, wir können das Ganze verkaufen Habe ich hier einige Codes für euch am Start, Freunde Einen Moment Vitamine, gib mal links zu Codes Ja Und der erste Code, den ich für euch habe, ist Gems Den geben wir jetzt sofort ein Zack Damit bekommen wir hier 50 Edelsteine Hast du eigentlich Und dann ist der nächste Code Rare Crate Äh, Rare Crate Zack Rare Crate Damit bekommen wir eine seltene Kiste Und als nächstes haben wir hier Free Crate am Start Damit bekommen wir noch eine weitere Kiste Und als nächstes nach Free Crate Haben wir Free Egg Damit bekommen wir, oh mein Gott, Free Egg Mach mal Free Egg und Oh mein Gott Ein Haustier haben wir bekommen Du auch? Free Egg und Yeah, und es ist Hä, warte mal Die Mine ist eingestürzt Bitte warte an der Oberfläche Mein München Warte mal Ach, ich habe einen Bär bekommen Jeder bekommt was anderes Und Release Ist der letzte Code Damit bekommen wir nochmal 100 Münzen am Start Oh ja, Freunde Das sind jetzt hier alle Münzen Die wir am Start haben Die Mine ist einfach Hä, eingestürzt Ja, 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 ja Weil alles wieder neu gemacht wird Alles klar, die Mine ist eingestürzt Bitte warten Sie, bis Sie wieder sicher sind Na toll, Freude Alles klar Und ich habe mir meine Kisten geöffnet Oh mein Gott Weißt du, was ich mir öffne? Vitamine Robux-Eier Haha Guckt euch das ganz mal Oh ja Wir öffnen jetzt hier alle mit Robux Aber die darfst du nicht öffnen Und legendärer Dunkeldrache haben wir bekommen Alter Das ist viel zu krass Aber ich habe auf jeden Fall meine Kisten geöffnet Und das habe ich gesehen Oh mein Gott Okay, das Ganze muss ich auch nochmal öffnen So, wo haben wir jetzt hier Ich habe ein Herzchen im Rucksack Items Wappen Aber wir müssen jetzt erstmal hier alles mögliche ausrissen Schaut euch das ganz mal Oh mein Gott Wir haben jetzt hier die legendären Dunkeldrache Und den kleinen Bär haben wir hier am Start Hallöchen, Hallöchen Oh ja, warte mal Wo kommen denn die Skins, äh, Equipment? Oh, hier Okay Wir öffnen einmal die einfache Kiste Was denn wir bekommen? Und Oh, oh, oh Was für ein Skin hast du bekommen? Zeig mal Ich habe, äh Schau mal Einmal hier so einen coolen Keine Ahnung Karierten Und einen Herzchen Rucksack Haha Oh ja, du wirst nicht glauben Was ich bekommen habe Weißt du? Was denn? Ich habe Einen Oh mein Gott, Freunde Nicht, dass Vitamine gleich dran knabbert Okay, Vitamine Das ist aber nur ein Skin Das sind keine echten Donuts hier, ne? Oh, wow Alter, ist der lecker Oh ja, ich dachte Du würdest schon dran Ah, Vitamine Der ist nicht so lecker Finger wäre gut Alter, schau mal Es gibt hier verschiedene Abteile Und sowas Aber Hey, Sandy Guck mal Warte Wenn ich jetzt nach unten gesprungen bin Könnte ich mir jetzt sowas hier leisten? Oh ja Und boom Warte, wir öffnen auch eine seltene Kiste Okay Was hast du am Start Dynamit hast du? Ja, aber wie sieht sich das ein? Alter, Schwierig Ich weiß nicht Wir müssen sich gleich testen Junge Ich bekomme nur Okay, ich bin jetzt fertig, ciao Ich würde sagen, das geht mir zu langsam Tschüss, ab geht es Ich buddle mich auch nach unten Ich bin ganz unten fast Ja, 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 wahrscheinlich Der Noob ohne Robux, Freunde Hatte wirklich gar keine Chance Und wir haben jetzt hier die ganzen Robux auf unserer Seite Ihr seht es oben, wie tief Wir uns hier mittlerweile bauen können Ihr seht es Ich bin voll runtergefallen Okay, wir sind jetzt in der ersten Zone Und hier Was? 475.000 Münzen Was? Wie viele hast du bekommen? Gar keine, weil ich noch keine 100 Blöcke habe Du hast mir noch keine 100 Blöcke abgeworfen Ab geht es Okay, tschüss, ihr kleinen Noobs Komm, Vitamine Oh, warte mal, war das ein Bär? Achso, das war nur dein Bär Ab geht es, ihr kommt jetzt mit mir runter Hallo, ich muss diese Blöcke hier verarmen Oh mein Gott, ihr habt gar keine Chance Ja, Vitamine Was sagst du zu meiner Robux-Spitzhacke? Alter Okay, warte mal Und oben stehen sogar die Tiefen, ne? Oh ja Umso tiefer wir bauen Umso weitere Zonen Können wir uns jetzt auf jeden Fall Jetzt hier freischalten Ab geht es Wir sind gleich bei der nächsten Zone, glaube ich Äh, Sandy Ich fahre mir jetzt erstmal Ich bin nicht mehr runtergekommen Was? Also, wir bauen uns mal zu dem anderen Kollegen Oh mein Gott Sandy kann er uns nichts abbauen Komm runter, komm runter Oh mein Gott, hä? Wo sind wir jetzt hier angekommen? Wir sind in der Höhle angekommen Schaut euch das Ganze, Mann, Freunde Ah, ich brauch ne größere Spitzhack Ich kann hier nichts abbauen Geht nicht Komm, ey, moin moin, ne? Ich bin hier, ich kann hier nichts abbauen Ja, du hast ja auch die Noob-Spitzhack hier am Stand Okay, Vitamine, komm Wir machen das jetzt zusammen, okay? Wir halten zusammen Ohne Robux versus mit Pro Äh, mit Äh, warte mal Ohne Robux versus mit Robux So, ha Ab geht es Du musst einfach nur die Löcher runterspringen So, ich musste verkaufen Und jetzt kann ich auch die Münzkiste nehmen Wie viel bekomme ich? Oh, ja, ich weiß es nicht Ich hab irgendwie eine halbe Million Münzen dadurch bekommen 260.000 Alter, Schwede Oh, ja, dann komm damit mal runter Ich baue hier Löcher Du musst einfach nur Ich muss mir erstmal was kaufen, Alter Ja, 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 stimmt Du kannst ja gar keinen Robux ausgeben, ne? Nein Oh, ja, ab geht es, Freunde Wir bauen uns jetzt hier weiter mit unserer Robux-Spitzhacki ab Äh? Also, ich muss sagen, Vitamine, du bist ja ein richtiger Noob Ich bin ja ein richtiger Oh mein Gott, Profit Nächste Zone Wir haben die nächste Zone freigeschaltet Ich glaube, wenn wir in der nächsten Zone was kaufen Wart mal, ich schau mal Wir sind jetzt hier in der Eiszone Wir können auf jeden Fall Hier verkaufen alle unsere Blöcke Und eine Million Münzen haben Wir haben schon Ja, wir können hier Haustiere kaufen Und hier gibt es einen Shop Genau, komm runter Du kannst runter zu mir Ich bin maximal geupgradet Also, ich hab jetzt das Beste, was es gibt, Centi Aber, äh, ich kann halt nicht mehr kaufen Und ich hab noch 230.000 Also, die beste ist 1,5 Millionen Münzen Ja, aber nicht oben Haha Oh, ja, komm, da kommen wir doch unten Für 22.000 Münzen Oh mein Gott, kannst du sogar Haustiere öffnen Aber, Freunde Wir bauen natürlich nur alles Äh, wir kaufen alles nur mit Robux Äh, wir geben hier keine einzigen Münzen aus Und wir bauen uns jetzt hier Weiter ab und nach unten Ja, weil ich hier der Pro bin Der hier nur mit Robux alles ausgibt Ah, okay, okay, okay Haha Oh, ja, komm auch nach unten Du musst einfach nur die Löcher folgen Wir bauen uns jetzt hier weiter Weiter geht es ab Geht es in die Tiefe Wir müssen jetzt hier Sofort in die nächste Zone kommen Das war am Anfang so krass Dass wir einfach dieses Loch runtergesprungen sind, ne Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal bei Eis Ja, ja, das war die Zone Ja, Sandy Alter, ich muss hier trotzdem erstmal ein bisschen was fahren, ja Ja, ja, ja Mach du mal Ich baue hier weiter die Löcher ab Gehst du da unten Mit meiner OP-Spitzhack Ha Schaut euch das Ganze mal, Freunde Wie viele Blöcke wir mittlerweile einsammeln Alles klar Die Elfte haben wir schon geschafft So, ne Wenn du willst Du musst einfach nur in ein Loch fallen Alles klar Äh, nur mal zum Vergleich, ja Du hast schon 10.000 Blöcke gefahren Ich gerade mal 300 Ha Was, ich hab gleich wieder 10.000 7.000 Blöcke 8.000 Blöcke Es geht wirklich hier richtig krass ab Hier seht ihr es Die Robux-Spitzhack Und der unendliche Rucksack Haben sich auf jeden Fall Mehr als gelohnt Oh Gott Wir sind gleich bei der nächsten Zone Komm, komm Auch gleich runtergesprungen Meins noch Hallo, Sandy Ich kann da unten nichts abbauen Warte kurz gleich Ja, ja, ja Ich warte Alles gut Ich hab nur ein bisschen Zeit Aber ich hab ja noch 200.000 Ja, komm runter Komm runter Es egal Ob du nichts abbauen kannst Komm einfach runter Gleich haben wir es Oh mein Gott Geschafft Jawohl Oh mein Gott Du hast mir neun Bohren gekauft Düster Respekt Alter, ich hab 6 Millionen Münzen bekommen Hier gibt's ne Kiste Ich komm gleich Ja, auf einmal kommst du Oder was Ein dunkles Haus Ich falle auf 5 Millionen Warte mal Wo ist das Loch Okay, ich fang nicht meine Arme auf Vitamin Komm runter gebaut Äh, warte Ich springe jetzt runter Oh ja Alles gut Ich fang nicht auf Ich seh dich gar nicht Alter, geht Alter Kommst du Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Mui, was geht ab Alter, was hast du denn da am Start Staubsauger Einfach ein Staubsauger Guck dir mal die Megakiste an Aber ey, wenn ich vor 10 Jahre Da bin ich ein Block abbau Du schaffst das Los, Vitamine Los Jawohl Du hast es geschafft Aber Megatrot Wow Ich kann den nicht öffnen Hä, was musst du dafür machen 5000 Blöcke Ich hab grad mal 1400 Was Alles klar, warte mal Wir verkaufen das Ganze Und wir haben 10 Millionen Cash Einfach abstand Also Freunde Ihr seht es hier Der Pro mit der Robux Spitzhacke Ist du schon wieder nach unten Ja, ja Ich baue mich hier weiter Nach unten Oh ja Was machst du so Ich Muss erst mal 5000 Blöcke Zusammensammeln Oh ja, warte mal Können wir nicht irgendwie Warte mal Handeln oder irgendwie sowas Ah ne, okay Wir müssen 5 Millionen mal 5 Millionen Blöcke ab 5 Millionen abbauen Oh mein Gott Wann wir handeln können Oder sowas Alles klar Wir sehen uns dann in 4 Tagen wieder Ja, ja, ja Hau rein Ich buddel mich hier weiter Mit unserer OP Spitzhacke Aber du musst sagen Es hat sich schon richtig gelohnt Diese Robux Spitzhacke zu kaufen Auf jeden Fall Ich hab jetzt 10 Millionen Münzen Ey Und du bist ja noch am Anfang Vom Anfang Vom Anfang So könnte man es ungefähr nennen Alter, ich hab den Chief mitbekommen Mining Mittelstufe Das bedeutet Ich bin jetzt genau in der Mitte angekommen Von der Tiefe Und ob wir es schaffen Bis nach ganz unten Und zu kramen Das werden wir auf jeden Fall herausfinden Weiter geht es Alle Diamanten verbaut Oh, ich glaube Haben wir es geschafft Oh, wir sind in irgendeiner Oh, Höhle Ankommen Das ist die Kiste Freunde Ab geht es Neue Ebene entdeckt Geschmolzener Kerl Ab geht es So, zack Alles her Meine Münzen Meine Münzen Katsching Nochmal alles her Ich bekomme hier so viele Sachen geschenkt Ich bin bei der nächsten Zone Bei der nächsten Schon wieder Ey, Alter Das hält die Aber ich hab jetzt eine Truhe geöffnet Und hab 1,5 Millionen rausbekommen Oh, ja, damit kannst du ja Willst du eine gute Spitzhacke kaufen Oh, ja Ich hab mir ein Haustür gekauft Jetzt geht es schon ein bisschen besser Oh, ja, dann würde ich sagen Okay, Vitamine Man sieht sich ganz unten Ich baue mich noch weiter nach unten Ich komme gleich nach unten gesprungen, ey Oh, ja Ich meine, die Löcher hab ich ja gebaut Du musst ja nur noch runterspringen, ne Ja, aber die werden irgendwann wieder Äh, zugemacht, ne Oh, ja, deswegen müssen wir uns beeilen Dass wir wirklich den Kern Der Kern erreicht haben Wir sind über 1000 Meter in der Tiefe Wie weit bist du? Ich bin immer noch bei der Bei der Truhe vorhin Ja, wie viele Meter sind das? Ach so 775 Alles klar, Leute Ich bin 500 Meter unter Vitamine Hier mit unserer Spitzhacke Let's go Oh, mein Gott Okay, ich glaub ich hab noch einen Raum Oder entdeckt Hab ich irgendwas entdeckt? Ne, alles klar Falscher Alarm Los geht es mal da aus Die Rapp geht es Falscher Alarm? Ja, ja, ja Komm auch mal runter Feuerwehren nicht an Was für Feuerwehren? Ich hoffe, wir haben neue Werkzeuge Warte Oh, ja Ich hoffe, du findest überhaupt die Löcher Wo ich mich runtergrabe Sonst hast du ein kleines Problem Ja, ich brauch aber jetzt noch einen neuen Rucksack Sonst wird das nichts Achtung Es geht nach unten Jawohl Komm runter Ich hab hier nochmal Ist das hier die nächste Zone? Ich glaub, wir müssen uns noch ein bisschen Weiter nach unten graben Warte mal Wo bist du? Ich bin Hä? Ich war beim geschmolzenen Kern Ja, dann flieg jetzt noch weiter nach unten Ja, jawohl Jawohl, da bist du Moin Und jetzt würde ich sagen Ab geht es Ach, du willst da nicht Kommst du runter? Ich kann nicht hier was abbauen Ich probiere gerade was abzubauen Warte mal Kannst du was abbauen? Ähm, okay Es geht noch Was? Jawohl, okay Dann würde ich sagen Lass uns mal zur Nippszone weitergehen Ab geht es, Freunde Mittlerweile Blub, 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 blub Hast du hier Oh, rote Blöcke? Jawohl Das bedeutet, wir sind in der roten neue Zone Richtig da Die Unterwelt Schaut euch das Ganze mal Wo wir jetzt ankommen sind In der vorletzten Zone Junge Also Warte mal, nee Ich glaube hier nicht Aber hier gibt es eine Kiste Ein Flammenwerfer mindestens Was? Ein Flammenwerfer wo? Die Kiste kann ich bestimmt Wieder nicht öffnen Wo ist die? Nee, war so eine Minikiste nur Ja, ja, ja Alles klar Okay, jetzt bist du überdraht Freude Ab geht es Vitamine Hier gibt es irgendwo Eine große Kiste Ah, hier Oh mein Gott, Alter Hier gibt es ja noch richtig viel zu entdecken Alles klar Nochmal 10 Minuten Hey, du hast mir jetzt die Kiste geklaut Achso Hier ist auch eine Kiste Eine Minikiste Habe ich für dich übrig gelassen Wow Wow Ich dachte jeder hat so eine Kiste Nein Ja, sorry Alles klar Die nächste Kiste Ja, die ich sehe Die gehört auf jeden Fall dir Das ist eine lila Kiste Mal gucken, was daraus kommt Oh mein Gott Ich habe die sogar noch krasser bestimmt Oh, ich habe drei Äh, nee Ich habe Edelsteine Und so eine So eine Skinskisten bekommen Schau mal Hier ist sogar ein Loch oder so In die letzte Zone Sollen wir da mal rein Springen Vitamine Und hör auf mit deinem Bohrer Ich glaube das bringt Das bringt dir sowieso nichts Ey, warte mal Ich habe eine Frage Kannst du dir eigentlich schon Einer für 10 Millionen leisten? Oh ja, ich habe 54 Millionen Mütze Hey Kollege Oh mein Gott Aber ich kaufe ja nur alles mit Robux Und nix mit Mütze Und ich würde sagen Äh, willst du mal vorausspringen Und zum Testen? Äh, ja Kein Problem Yeah Oh mein Gott Und Alles gut? Ja, es geht halt bis nach unten Let's go Oh, ab geht es Jetzt hier ins Loch Oh mein Gott Oh mein Gott Jawohl Wir sind in der Kristallhöhle angekommen In der letzten Zone einfach Hä? Warte mal Irgendwie Sie sind ein bisschen unübersichtlich hier, ne? Ja Tatsächlich ja Was gibt es denn hier alles? Oh Ich glaube Ich habe den Raum gefunden Ich habe den Hauptraum gefunden Hier sind wir Alter Schwede Schaut euch Juwelenkiste Oh ja Wie viel hast du bekommen? Äh, gar nichts Weil ich die nicht öffnen kann Oh ja 115 Millionen Wir verkaufen Alle unsere Blöcke Und Alle 113 Millionen Mütze Haben wir am Start Junge, Junge, Junge Was machst du? Dann denkst du Du machst die Blöcke so kaputt? Mit meiner Spitze Geht das jetzt schon viel schnell Es gibt noch ein Loch nach unten Sollen wir runter? Ja Können wir machen Aber ich kann halt gar nichts mehr machen Egal, okay Wir erkunden einfach alles Aber denkst du Da kommt noch was? Ich meine Wir sind hier schon in der letzten Zone angekommen Freunde Tschüss Okay Und Ob geht es New Oh mein Gott Alte Schwede Wer hat denn so einen langen Gang gebaut? Oh Hä? Oh, hier ist Ende Oh, Ende im Gelände? Hallo? Ich weiß aber nicht Ob es noch tiefer geht Bauer weiter Bau mal weiter Echt 9400 doch Aber Für dich geht es auch nicht mehr so schnell Ja, ja, ja Ich glaube Jetzt sind wir hier Oh mein Gott Am Ende Guck mal Solche Rainbow Blöcke Alter Rainbow Erze Ja, ja Lass mal vielleicht runter Denkst du Da kommt noch irgendwas oder so? Keine Ahnung Hier ist ein Loch Vitamine Ab geht es Yeah Wow Oh, du bist schon dritten Let's go Ab geht es Oh, oh Hallöchen Warte mal Wer ist das denn hier? Keine Ahnung Den habe ich kennengelernt Das ist mein Freund Was geht denn ab? Wir sind schon 3000 Meter einfach unten in der Tiefe Aber ich glaube Wir haben bis jetzt nichts gefunden, ne? Ne Tatsächlich gar nichts Das bedeutet Das bedeutet, das ist jetzt wirklich die allerletzte finale Zone Die wir uns hier Wow Alter, was geht mit dem da oben ab? Die wir uns da freigeschaltet haben Alles klar Über 3000 Meter sind wir mittlerweile unter der Erde angekommen Okay, ich würde sagen Komm, wir drücken nochmal auf Verkaufen Mal schauen, wie viele Münzen wir jetzt hier dadurch bekommen Alter Schwede Weißt du, wie viele Münzen ich insgesamt habe? Äh, 10 Äh, bisschen mehr 280 Millionen Münzen Oh, ja Dann lass doch mal an die Oberfläche gehen Hey, und guck mal Für eine Million kannst du hier durchgehen Warte mal Für eine Million Blöcke Ab geht es Komm mal hoch Äh, bist du doof? Ich habe nur 35.000 Achso Ab geht es Oh mein Gott Was gibt es eigentlich hier zu entdecken? Juwelenzobby Können wir uns hier Speed upgraden Lucky upgraden Ah Die Geschwindigkeit upgraden Und ein Freutun Oh mein Gott Junge Einer schreibt Vitamine Junge, was geht denn hier ab? Was ist das? Siehst du das? Du jungen, Alter Diese richtig krasse Haustiere Für drei Juwelen Ich kann Ja, ich kann da nur so rüberlachen Dann gibt es ein Gratis Geschenk Können wir uns hier holen Ab geht es Oh, ein Glücksrad gibt es noch Oh Wir können einmal dran drehen Sogar ab geht es Let's go, Freunde Ha Wir drehen nochmal zum Schluss Am Mystery Glücksrad Und wir bekommen 750 Edelsteine Holy Nicht schlecht Alles klar Die nehme ich auf jeden Fall mit Und Oh, was ist das hier? Weltraumfahrt Alter Schwede Was? Es gibt sogar verschiedene Planeten Die Überwelt Und Raumschluss Level 2 Zum Freischalten Also ehrlich gesagt Verstehe ich nur Bla, bla, bla Ja, alles klar Ich rühre dich auch die ganze Zeit nur an Nein, Spaß Hier gibt es wirklich den Raumschluss Für alles mögliche Aber ich denke mal, Freunde Das soll es jetzt wirklich gewesen sein Mit Noob vs. Pro Im Mining Simulator 2 Zusammen mit Vitamine Einmal ohne Robux Und einmal mit Robux Und ich glaube Wer die bessere Spitzhacke gefunden hat Und wer die bessere Ärzte gefunden hat Das ist ja wohl eindeutig Auf jeden Fall ich Und damit ich mal sagen, Freunde Das war's für heute Video Ich hoffe, dir hat das Video gefallen Wenn ja, liken, abonnieren Und die Glocke aktivieren Dann verpasst auch Keine weiteren coole Videos mehr Und dann bist du auch Ein Teil des Sandexami Und dann sehen wir uns morgen wieder Beim neuen Video Bis dahin Tschüss Tschüss Tschüss